Moin moin und willkommen zurück hier zu Part 4 von HiOnLive. Wir werden jetzt den Klug treffen, sozusagen dem Bürgermeister der Stadt. Und irgendwas machen wir jetzt. Hier habt ihr unsere schöne neue Waffe schon getroffen, hier. Dieser kleine Frosch. Ab und an Highlight. Ja, will ich ja auch. Muss ich hier durchgehen, durch den Klug? Okay. Ah, da ist er. Vielen Dank, Bounty Hunter. Our pleasure. Nice view you got up here. Look, I'll cut to the chase. I need your help. You're a human, correct? My men looked into it. Sorry. You survived the G3's attack on your home planet Earth, right? Yeah, very human. Where Gatlas. Of course. Sorry. I'm familiar with your plight as well. It's such a tragedy what happened on Gatlas. It makes much sense that you and the humans would join forces. But perhaps you have room for one more ally as well? A lawless Bounty Hunter teaming up with a squeaky clean politician. Really? That's precisely why I need your help. I'm having the darndest time curving the species drug trade. I can only do so much and only within the confines of the law. I mean, I've got my hands full with Gary the Poisoner. He's not just poisoning the water supply. He's moved on to poisoning weirder stuff now, like street lamps. We don't even know how that works, or if it's actually a problem. Maybe it's fine to poison street lamps. I'm a bit overwhelmed, and I wish I could focus more time on G3. But you, you've taken out two top G3 officers in less time than it takes us to file a single report. So you see how you can help me, but there's also one way I can help you. Go on, let me take it all in. This tour on my desk here will help you rescue your fellow humans. You can use it to teleport them to a safe haven. My team has arranged for them to stay at until the G3 are dealt with. Menschenrettungsgerät. Hahaha. Make it straight. You give it to us for free. Well, the human species is technically a drug. I can't have dangerous sentient drugs in the hands of my citizens, and you can't have your people getting captured and consumed. This solves both of our problems. Assuming you plan to continue taking out the G3. That's right. Then, thank you sincerely. You humans and Gatleons, you're both very noble species. This means a lot to me. I've made up my life's work to use my power to help people in need, but even I have my limits. I'm just glad I have someone like you to turn to. As a token of thanks, my team will be feeding any intel we find on the G3 directly to your handler, Mr. Zaruthian. We've already sent him everything we had. The rest is in your hands. We appreciate that, pal. If it's okay, I'll call you pal. That's all I have for you. Feel free to stay as long as you like it. The view is great. Also, er hat uns jetzt noch ein Menschen-Rettungsgerät gegeben, womit wir direkt aus dem Käfig ins Paradies schicken können. Feel free to stay as long as you like it. Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob der vielleicht auch böse ist und wir jetzt erstmal G3 ausschalten. Danach hören wir denn, dass er eigentlich der Drahtzieher ist oder so. Man weiß es nicht. Wir schicken die Menschen vielleicht auch gar nicht in so ein Paradies, sondern einfach nur in so eine Grotte, wo die gekocht werden vielleicht. Und wir sind zurück. So, it went well, huh? I got a message saying they'll hook us up with any G3 intel they find. Yeah, and he hooked us up with a way to save humans. God damn. You got it easy. Nothing as convenient as this ever happened when I was bounty hunting. Hey, er, speaking of, we should get you a jetpack before you head back out into the field. You're really gonna need it. Okay, gehen wir mal hin zum Handleisterhaus. Gucken wir mal, Mr. Keeps das hat für uns hat noch. Hey, look at me. I'm the double sale stuff. I'm in a legal concession. Here is, what's up? My name is Stan and I sell vials of alien come. I know that's probably not what you wanted to hear when you walked over here. You want it come and work. Du verkaufst Alien-Sperre an? You sell alien come? Why the fuck you do that, man? I know it's gross, but calm down. My name is Stan and I sell horrendous amounts of all sorts of alien come. And we're just gonna have to live with that knowledge together now. Wie läuft denn das Geschäft? 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 Was kosten das? Ich bin so glücklich, dass du interessiert bist. Schau, du hast mich auf einen guten Tag. Ich mache eine Promo, eine Zeit auf. Ein freie Alien, komm. Geh ein bisschen auf die Haus. Und wenn du es magst, komm zurück und geh ein bisschen mehr. Just tell all your friends about me. Say, stand up and out. Okay, you saw and turn away. I wasn't saying nothing. Die fühlen sich immer so ein bisschen... Das macht man bei anderen Spielen ja auch. Und hier sagen die was dazu, wenn man einfach weggeht. Oh, warum gehst du aber weg mit dem Gespräch? So, lass mal gucken, ob wir das... Das wird das Jetpack sein, ne? Ich kann es helfen, aber ich kann es helfen. Das Jetpack, okay. Was kostet das Ding? 999? Ah, Jetpack, huh? Great choice. Really phenomenal choice. Let's lock that purchase in. Not so fast. I gotta backorder, that bad boy. I'll have it ready for you in a couple of days, I promise. No refunds, by the way. This purchase is final. Scheiße, wir kriegen es jetzt in ein paar Tagen. Das ist aber schissen. Nichts zum Verkauf. Jetzt glaube ich nichts zum Verkauf. Dann müssen wir Gene mal kurz Bescheid sagen. Blöd. Wee! Wee! Wie ist der Officer? Wir haben ein Ticket bekommen fürs Hausparken hier. Das Haus da hingestellt haben. Immer noch den Film da. Gut, dann gehen wir mal in unser Zimmer. Ich glaube, mein Bett ist hier. So, this is your bedroom, huh? And watch you fall asleep. I'm really glad we met. You know, I think, I think we're doing something amazing here. How cool would it be if we actually stopped the G3? Sorry, sorry. I'm just, I'm excited. I'll shut up. Let's get some sleep. Pretty soon. You know, we'll be jetpacking across all the space. Sorry, I'm being too loud. You're probably trying to, let's get you to sleep. Loops day. Oh, haben wir ein bisschen viel geschlafen? Wir sind ja auf dem Dach. Hä? All right, Partner. Let's take this jetpack for a spin. Can you make it over that gap? Holy shit, this rules! Oh, check out that landing. Goddamn! Yummy, what is it? Betrayal jokes. Yeah, he was going on about this. I didn't really get it. So, you want me to betray you and that's fine? Yeah, we're getting desperate for the content. I mean, I'm not opposed to having sex. I mean, I liked it. I mean, yeah, you're way better. Okay. Well, I gotta tell you, Gene was right. That is gonna come in handy. It's also fun. You can fly while doing combat. It's a very cool feature that we have here. We put a lot of time and effort into it. Let's head back and talk to Gene and see if there's any new bounties. Let's head back and see if there's any new bounties now. I've never seen a Mr. Seth. I've been telling you to clean up. This place is a mess. I need you to clean up. Oh, he's a good guy. He's a good guy. He's a good guy. Oh, got a big date with your sad sack Flimborg boy toy? Fuck off, Gene. Like, you've even never been on a date. Hey, don't even start, sister. I know a lot about dates. I fucked more aliens than your brain could comprehend. And even I don't want to touch your boyfriend. I'm so sick of hearing about this guy. Yeah, right. My boyfriend is so fucking hot, though, right? Oh, come on. You haven't even seen him. Why'd you answer that? Trust me, you don't have to support her just because she's family. This guy's a loser. He is so hot. He's like a low seven or a high six. And he's really nice to me. Yeah, no ulterior motives there. Just clean up after yourself. Jesus. Hey, look, I'm sorry if I'm coming off harsh. He's messing up the group dynamic. We've got a good thing going here. We do that fun sitcom banter back and forth while your nibbling here goes and blasts alien baddies in the face. It's great. Dude, you're lucky you even get to live here with us. I don't care about your damn dynamics. I'm just saying you barely know this guy. Are you sure you're even attracted to him? Most aliens only bang their own species. Oh, what about you? You just said you've slept with basically everything in the whole galaxy. Yeah, but I'm a washed-up degenerate. You've got your whole life ahead of you. That's more condescending than it is sweet. What? No. Look, we've spent all this time living together. I care about you now, Leslie. For fuck... For fuck... My name's Lizzy. Come on. Tell her I care about her. Excuse me? No, sorry. But I am not about to let this fuck-up degenerate school me on life decisions. The fact that I'm a fuck-up degenerate is exactly why you should let me school you on life decisions. I know better than anyone what not to do. You're both assholes. Yeah? Well, you're gonna get this tweed guy pregnant. And then I'll be here to tell you I told you so. Then who's gonna have to deal with all your mutant kids running around this house? Me! Yeah, not that it matters, but I'm the one who would get pregnant. Not the way his species works. They get pregnant real easy. I'm so sick of this shit. Look, I just don't want Twig to think I'm messy, okay? It's that simple. And I don't want you dating him at all. Why don't I set you up with my nephew, Grimble Dick? He's got a steady job. And yes, before you ask, he's got both his legs. That's not like a family ailment or anything. Fuck off. Just grow up and get used to me and Twig. Come on, tell Jean I can date whoever I want. Ne, sie kann ausgeben, wen sie will. Thank you. Not that I needed your approval. Oh, fine, yeah. Team up against the depressed paraplegic. I didn't know you were depressed. I mean, I knew you were depressed-ing. Har, har, har. Just clean up, Jean. Okay? Sorry to drag you into all that. Anyway, a nice little arrangement with Clug is paying off. They sent us intel on two new penalties. So, go ahead, if you want to get started alone. So, dann wollen wir mal gucken, wen wir jetzt hier noch finden können. Scrandle Brüder oder Dr. Giblet? Ne, wir waren die Brüder als erstes. 2000. Gleich mal gucken. Mal sehen, wie die Gegend da aussieht. Bin ich immer ein bisschen gespannt drauf. Was, ein langer Weg dahin war. Oh, beim Lennen. Mal schiness? It's you, the savior! Oh, yeah, 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 that's us. Where is it? Go, hit, third screen arrest. Can you hear me? There are no mehr. Let's go ahead and Арtime, please. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Okay, hold on. Okay. Oh nein! Nein! Okay, das war dumm. Oh, gerade hochgekommen. Ah verdammt! Hier wisst ihr was ich vor hatte, oder? Pass auf. Gut. Jetzt kommen wir auch überall hin. Das wäre vorher ja gar nicht möglich gewesen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh! nicht schlägt jetzt die frage wo wir dahin sollen immer sagen dann okay Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Darüber? Da kann ich hinfliegen, glaube ich. So, sind wir hier oben. Wo müssen wir da hin? Okay, da ist ein Ding. Okay. Okay. So live, if we find you some health. If we don't, you might die. Was ist das? Das war's. Hello? Ah, da kann man die einfach ausstellen, ok. Oh, okay. Ah, wo muss ich denn hin, die Feuer? Warte mal. Da hoch will ich jetzt mal. Und los geht's. Jetzt müssen wir das Ding noch mal drehen ein bisschen hier. So. Ich weiß, was wir nicht machen, das ist nur für Spaß, aber es ist, es ist Spaß. Ich bin bereit für ein Glob Shot. Get ready for another wave, bounty hunter. Ich bin bereit für mich. Klappen, nach vorne! Können wir die Zip-Line benutzen, um zu crossen? Ja, müssen wir erstmal da hinschießen, das Ding, oder? Das geht nicht, weil... Strom geht ruhig. Geht Strom hier? Ja, okay. So, äh, w-w-what do you think Scrandall Labs is like? I-I-I-I-I-I know a little bit, I mean, I-I-I-I heard a bit, so... So, I kinda know, but I-I'm just making small talk right now, you know? I'm just trying to, I'm just trying to feel the dead air, it's really uncomfortable. I mean, don't get mad at me, if what I'm saying isn't that interesting, because, you know, I'm doing my best here, you know? Gern mal, den Knopf kann drücken, da passiert aber nichts. Warum haben wir die Sop-Schnur hier? Hallo, und willkommen zu Scrandall Labs! Hallo! Oh, you're the bounty hunter who helped us out with all that paperwork, and killed my boss, Krubus! Hahaha, we really appreciated that. But, sorry, I need to let the G3 know that you're here. Just my job, nothing personal! You're, uh, gonna set off the alarm. Yep, I'm gonna set off the alarm. We've got an intruder! A little bit higher, it's my job, and I don't know. Sorry, it's my job. Oh shit, here they come! You know, hey, at least the elevators are working now! Ah da, Roka? Das war's. Ja, ich bin sehr gut in den E-Levator-Fights. Der muss jetzt da rüber, zu denen wahrscheinlich, ne? Kommen wir ganz hoch, dich noch? Ja, sieht gut aus. Killing these weak fucks doesn't do anything for me! Shit, did you keep coming? Killing these big fucks, man. Ja, kann ich nicht mehr? Killing these weak fucks. Killing these weak fucks. Gspace zu sch dessen, hier. Niemals, zu schieben. Gspace Gute. Was ist das hier? Es ist ein Furgel, auf einem Menschen sterben! Wer ist der Wissenschaft hier? Ich oder Sie? Wo wollen wir da rein? Hierüber vielleicht? Auf dem Labor freigeschaltet. Ah, jetzt kommt er da rein. Oh Gott, sind die Gatleons? Ich denke, ich werde verrückt. Neue Waffe. Die G3-Bastard. Creecher, wir nehmen den Cartel. Oh, no, no, no. They take good care of me. Holding me against my will. Cutting me open. Doing experiments on me. Okay, you know what? Say it out loud. I think they might actually be bad. I'm part of your team now. Hell yeah. Welcome aboard, Creecher. That's your name? I guess so. Oh, hey, we're locked in. That's fine. Don't freak out or anything. I could give birth to a bunch of little freaks and they could disable the door lock. It's fine. Oh, yeah. That's one of my children. They die fast. Don't worry. It's easy to- Ah, beautiful. Look how one of my little fuckers just saved us. Being a dad is the best killer in the world. Then a few seconds later, when your mutant sick dies because he hasn't liked to stop with the lifespan. That's not so good of a feeling actually. But I'm numb to it. Hi there. Oh, yeah. That's one of my children. They die fast. Don't worry. It's easy to make more. It feels good. God, I love them so much. Hm. Abgefahrene Sachen, was man hier machen kann, irgendwie. Back to the grind. Eh. Ah, so, warte. Ah, okay. Warte mal. Warte mal. Jetzt müssen wir den... Ah, den kann ich oben reinschicken. Okay. I'm happy to serve you. Please tell me how I can help. I love you so much. Alright. We're in. How was that? Was that helpful? Was it helpful, that I gave work to a lot of tiny guys really fast? I'm good to go. Oh, yeah. We're in. Look who this is. Go ahead, man. Do yours. Oh, this makes me sick. So this is where they fuse Gatlians to Mercs. I gotta be honest. Oh, it turns my stomach. I hate singing this. Oh, you're so ugly. Hello? Holy shit. You killed everyone? What? You are strong. Good thing I'm safe behind this glass. Oh, use one of my kids to fuck with that guy's mind. He'll go into a frenzy. Did I tell you they can do that? They can do that. Oh, oh, and if you keep piling my kids on top of a guy, they can do mind control shit. They can make a bad run. Oh shit, that mind control thing doesn't last very long. Sorry about that. I keep yelling at my kids to make it last longer, but they're shitheads. They do not listen. Oh, I can help you with that little hookbug. Look at my little guy in there rustling up the hive. Isn't that cute? I'm so proud of him. FUN! Did you do this sort of stuff all the time bounty hunter? Someone, someone here to save us. Okay, also RB and my hypnobaby up to fight. You fuckers ready for Sweezy? Ha 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 ha, you're a hilarious bounty hunter. Okay, we're gonna do some pretty shit. Fuck that. Dare you lickety-split. I can't do this all. If you miss the actual gear, i can't do this. Hm, that's not any bad for sure! I'm sorry! We killed him! Uh, I can't do this at all! That's not one of them! And if I cannot do this, I can't hit this way! Put the more on the gear! The other on the gear... And if I can get on the gear, I can't do this! You see no one of them! Look who's here There's one Oops Time level pressed Oh, I knew who's out there This is gonna fucking hurt Okay Okay That was clever Oh man, the kill would be so high Save something Very good very good Or um Oh Mist Another battle another pilot dead fucking dumb G3 bodies Listen bounty hunter you wanna maybe try using Klugs device to save those humans Help us Please Please Da hinten sind die Zorn, okay Guck mal, ob wir die rausbekommen Time to save some humans There we go Oh my god, a politician who actually gives a shit Guck mal, haben wir ein paar Menschen gerettet, sind die noch mehr? Da Ich glaube definitiv nicht, dass die frei sind Ich glaube mit dem passiert was ganz anderes Was Oh Ryan? Okay Oh Mist Wo sind wir jetzt hin? Okay Gut, er hätte mal rumgucken können Aber jetzt sind wir wieder da Wollen wir aber erstmal das hier schaffen Und nicht uns ablenken lassen Aber wo war denn ein So ein Da oben? Gucken wir da denn rein Da komme ich ja nicht rein wegen diesen Ich kann, Strom kann ich noch nicht abstellen, ne? Ah warte, ich kann noch diesen kleinen Hiopie da reinschießen oder nicht? Jetzt bin ich hier drin und was bringt mir das? Da ist auch eine Kammer da unten Wo ich auch nicht rein kann Warum? Was bringt uns das? Frag mich grad Ich weiß nicht ob ich hier hoch soll, aber ich... Ach, das ist um hier rein zu kommen wahrscheinlich Oder mehr, mehr sehe ich hier nicht Also ich sehe hier auf jeden Fall gar keine, ähm, von diesen... Ähm... Na wie heißt das? Ich glaube, ne... Ich sehe hier auf jeden Fall keine von, ähm, diesen... Warp-Antrieben Die sollten ja hier irgendwo liegen, aber ich sehe die gar nicht Hm... Wollte ich gerne noch einen rausrücken Ist da hier drinnen einer vielleicht? Oder er sagt da voraus? Hier drinnen? Du denkst, du kannst einfach mal hier kommen und f*** mit mir? Ich bin Jonathan fucking Scrandall A.k.a. der Harten Scrandall Okay, ist einer der Scrandall Bruder Oh hey Jonathan, ich denke wir werden dich töten Okay, wer ist das? Jonathan Grendall? Kämpfe gegen Jonathan Scrandall Das sind die Brüder, also kommen ein paar mehr Oh, ist er ein Wrestler oder was? Okay... Oh man Oh f*** Oh man 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 Oh, okay, jetzt dreht er durch. Oh, fuck. Okay, aber der ist gar nicht so schwer. Ja, ja, der ist gar nicht so schwer. Man muss den nur richtig erwischen. Aber ganz so schwer ist der gar nicht. Ja, das ist gar nicht so schwer, aber der ist gar nicht so schwer. Nein. Gut da. Alter, ich will da immer diese Fideing angreifen. Okay. Okay. Genau. Okay. 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 Jetzt geht her. Okay. Okay. Oh er haut ab feigling dummer spaß gut ja blöd ha look at that we're just getting started oh more of you fuckers huh looks like you want to die okay give me some cloning lab fucking little freaks good man 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 das sind aber auch echt die geschehe da halte lt und halte dann rt um ein endeck Ok, ok, warte. Hä? Bin ich reingetroffen? Mann! Wird nicht daran hier gleich. Aber jetzt. Das kriegt nichts. Kann ich da ran sprengen? Oder ist hier noch so ein Viech irgendwo? Wow, das war in letzter Minute. Ähm... Ich da rüber? Hätte ich auch da rüber fliegen können. Das ist ja Quatsch. Da muss ich ja nicht hinter sein. Ach so. Jetzt brauchen wir alle Fähigkeiten hier, ne? Ich brauche keine Entdeckung. Hier bin ich. Ok, das geht. Wenn ich noch etwas raus schließen kann. Alright, easy now! Jesus! Warum sind wir so fucking high? Nein! Ich hoffe, ich bin. Oh, ja! Mann! Yo! Yo! Oh, er geht hoch. Der Danke! Okay, in der Schütze ist er halt Da geht's hoch hier Man, so. Man, so. Man, so. Flops. Ich glaube es ist nicht so geil zum Schuss machen. So, dann holen wir den Warp-Antrieb mal hier. Warp-Antrieb heißt das, ne? Also, kann ja nicht. Bis jetzt? Müssen jetzt alle gestorben sein, oder? Jetzt kann ich das Ding holen, oder? Witzig. Wahrscheinlich werden alle ihre Energie daraus ziehen, oder so. Gut. Gut. Da müssen wir durch. Durch das Gitter. Da muss ja irgendwie was geben, wo wir das ausstellen können. Mal hier. Gitter nicht. Mal hier rein gehen und das nicht ausstellen, wenn man von innen schießt. Obwohl ich kann auch dieses Ding da reinballern wahrscheinlich. Ich kann auch dieses Ding da reinballern. Mal hier. 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 Oh, der wird im Arsch wackelt. Schnell, lange. Oh, der hängt doch noch ein Schutzschild mit. Wo seid ihr denn ja von da oben? Ich liebe diesen Nahkampf. Das ist aber so schön brutal. So, weg sind sie. Ah, ein bisschen Kohle. Beyond ist, das ist 3 von denen Hölle. Oh, eine neue Karte. Okay. Okay. Da muss ich da reingehen, ne? Ah, jetzt ist es auch aus, ob wir da reinkommen. Also, dass wir über so ein Gerät, wo wir reinschießen können. Was ist der Plan? Was ist der Plan? Der Plan ist... Äh, weiß ich nicht. Irgendwie reinzukommen. Was gab denn den Ding zum reinschießen? Ich habe ihn gerade gesehen. Das ist nicht genug. Aber jetzt können die Leute draußen auch mal krießen. F***. Äh, was sind diese Dinge? Ich weiß nicht. Ich glaube, sie sind meine Kinder. Die Kinder, sie haben einen Weg gefunden, um mich zu Hause zu bringen. Dann, BAM! Ich habe alle diese wehrten Frecken in meinen Arsch. Ich liebe sie alle. Gott, ich liebe sie so viel. Ich habe mich verliebt, kleine Junge. Die Leute in der Karte hier sind verrückt, weil sie nicht Menschen sind. Niemand weiß wirklich, welche Spezies diese Dinge sind. Aber ich liebe sie auch. Ich meine, wie kann ich nicht? Wie kann ein Vater nicht lieben, als verliebt, kleine Alien-Spawn? Es ist unmöglich. Ich habe... Okay, verliebt mich, ich glaube. Okay. Wie kann man hier nicht machen, ne? Oh, okay. Okay, not interested. Wow, uh, fuck me, I guess. Just telling my whole we... Hey, you guys okay in there? Hey, they want us to bang, but she, uh, used to be my boss. Yeah, I was supposed to fire her, and then we all got abducted by aliens. Anyway, yeah, we're not attracted to each other. I mean, she's cool, but not my type. She is my type, but she's not... Oh, okay. Well, tell my mom, she owes me 50 bucks still. Okay. Sollen sie Angela's Scrandle finden? Peace out. Irgendwie weiß ich nicht, wo ich hin soll. Da. Aber wie komme ich denn da hin? Muss ja irgendwo einen geheimen Eingang geben oder sowas. Geht aber auch nicht auf, ne? Auch jetzt geht auch. Soll ich die Pole holen? Soll ich sehen kann, wie die aufgehen, wann die aufgehen? Ready, willing, and able. Ugh. Hey, Brad. What have they got you watching today? Uh, I guess it's supposed to be porn, but it's like alien porn, so I don't know. I honestly have no idea what I'm watching. I mean, I was able to get off to it, like, after a while. Um, honestly, now I love it, though. Uh, not sure why they want me to jack off this much, but, you know, I'm happy to do it. Like, all the tentacles and the moving parts. It's, I don't know, there's something really endearing about it. Yeah. Oh, that one thing died. Ich meine, wenn ich hier rauskomme, dann hoffe ich, dass ich das mit mir mitgebracht habe. Ich meine, ich glaube nicht, dass ich nach dem normalen Porn zurückkomme. Hä? Nice! Ach, warte mal, kann ich den da drüben auch frei machen? Tim? Hey Jordan, hey, wer sind die kleine Leute? Ich weiß nicht, ich glaube, sie sind meine Kinder. Ich hätte gedacht, dass ich die auch rausschicken kann, aber das kann ich nicht. Okay, jetzt ist der Typ da weg, jetzt kann ich wahrscheinlich da oben reinschießen und dann hauen wir ab. Was ist denn jetzt auf jetzt da hinten? Da hinten sollst du reingehen. Da oben ist auch noch okay, wir suchen erst mal das. Witzig, dann rennt er da rein. Ist ja auch Quatsch. Aber da macht er das nicht? Ist doch komisch. Die alten Trick-Hole hat sich geholfen. Wir haben einen Entruder zu gehen. Wir haben einen Entruder zu gehen. Goddammit! Stopp! Weisig, weisig! Aber wo ist der Strandel? Wo ist der Strandel? Wo ist der Strandel? Wo ist der Strandel? 1, 2, 3 oh, he's out oh, he's out oh, he's out oh, he's out Wir haben jetzt die Universität ein favorit. So, du Affe. Müssen wir doch eigentlich jetzt hinkriegen, oder? Okay, das ist es. Es gibt nichts mehr zu gehen. Ich war nicht zu gehen. Ja, du warst. Alles klar, schau dich. Angela Scrandle. Ist das immer das Gleiche? Sich nur so permanent, oder was? Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Wenn du meine Trickhole benutzen kannst, fühlst dich. Wir haben das! Oh Schon wieder abgehauen, der Affe, ey. Wir müssen wahrscheinlich gegen alle nachher kämpfen, mal auf einmal oder so. Woa, das war kreativ, aber tolles Werk. Lass es. Aber so machen wir. Okay. Ich bin zurück. Achso, wir kommen können. Weißt du, wir müssen uns den bisschen drehen. Da drin kann, aber nur drehen, das heißt, wir müssen irgendwie... Ah, okay. Huh, back in the saddle! Ja, wo müssen wir hin? Ah, rüber. Ja. Nei. 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 Du musst reichen, oder? Meinst du, komm? Du bist gut, bounty hunter? Boom! Ja, ich hab... Es war richtig, die Idee, aber ich muss das Ding vorher reinschießen, die Scheibe. Ich hab gedacht. Dumm, dumm, dumm. So. Das Ding nochmal drehen jetzt. Oh, wir wollen nicht drehen, kann ich einfach umdrehen, ne? Nein. Oh, oh! Did someone order some sweet cream? So. Wir müssen da rüber. Dann müssen wir aber erstmal die Scheibe da reinschießen, glaube ich. How's it going? Alright. Oh, verdammt! What are you doing? Get, get us out of here! Jaha! Oh. Oh. Oh, ich schieße die Scheibe schon vorher rein. Hello? Ja, das krieg ich auch rein. Let's do it! Yeah! Up in it, bitch! Uh! Oh. Aber ist die Frage, wie wir da hochkommen so einfach. Nein! Nein! Das gibt's doch gar nicht! Wie dumm kann man sein! Boah! Ich hab auch irgendwas nicht richtig erkannt, oder? Also, wir schießen nochmal rüber. Wir müssen ja da rüber. Da ist auch noch so ein Ding. Ah, okay. Jetzt weiß ich wieder. Nein. Was ist denn? Also, da drüben ist noch so eine Blase. Da können wir längst jumpen, dann nach oben kommen. Also, ich muss eigentlich nur... Hahaha! Was ist denn? Nein. Was ist denn? Was ist denn? So, dann können wir doch... Okay. Woha! Da ist schon wieder ein Scrandle. Wer geht das? Mona Scrandle. Okay. Okay. Let's give him a glove shot. You're right out of my trick hole. You're interrupting all our cool breeding experience. You're something here. To the grind thing. Oh! 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 Jetzt sind wir bereit für Spools. Ja, ja. So, du Affe. Hol die Kram mal raus da. Okay, oder auch nicht. Shit, Brotron, okay. We got a secret form. Let's see, you try to take on all three of us, you know, we're connected. Fuck, yeah, whatever. We'll figure it out. Okay, okay. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Aber ihr könnt direkt gegen die Anfechte. Oh. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay. Okay, okay, okay. Da kann man ein bisschen rüberschwingen, da müssen wir nicht mal in die Säure fallen vielleicht. Ah, jetzt hat er mich getroffen! Spastis! Kann auf ein Content-Game vielleicht. Das ist weg, okay. Das ist weg! Aaaaaaah! Alter, da kommt doch nicht da rein! Das braucht Spaß! Oh oh! Das ist mein Controller so schief jetzt! Hä? Das ist mein Controller so schief! Was soll das? Ich geh auf der Seite! Oh, Spankverbrauch. Da drüben ist noch ein Schutzschild. Ah, jetzt ist es weg! Ehh! Oh où! Das ist mein Charme! Wir werden gerade auf der Seite! Was? Was? Okay, lass uns ihn mal aufschlitzen. Oh, Alien-Biologie. All diese... Just... Just fucked. Just fucked. Really? Oh, delicious. Now, let me dig into the last, bro. So, let's go. Let's go. Oh, fuck yes. Three in one sitting. Each one more visually better than the last. You know what? I don't see this often, but I'm fully sated right now. I actually need a rest. Good. You there, bounty hunter. Oh. It's garmantuous? Yeah. That's right. I know who you are. And I want you to know how fucked you've made things for yourself. You were living in heaven before you meddled with the G3. Fuck you. You're just afraid because we keep killing off your goons. Bounty hunter. I've got the two most important people in your life. And I'm going to kill them. But not right away. First, I'll make things miserable for them. They're going to suffer as much as you've made me suffer. You monster! I'm not going to ask you to stop. I doubt you'd listen. I'd just like to inform you that I'm going to make sure you die. And that it's going to hurt. A lot. Besides, you won't even be able to get to my new base on earth without the proper coordinates. So just sit tight until I come to kill you myself. Fuck. I guess we've really awakened the beasts now. Okay. Well, you know, we never did figure out, you know, who's the boss of those guys. But, you know, let's pack it in and head home. That was brutal. Okay, let's go back. You're really on fire, aren't you? Obviously, you're not as good at bounty hunting as I used to be. But hey, I'm gloppy enough to admit you're doing pretty damn well. Turn in that bounty. Good. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.